Worte, nein, ja. Okay, wir wollen erstmal hier Geld einsammeln. Geld. Geld. So, und jetzt, Bremse. Sagt hallo zu meinem Hot Rod, ihr verschiedenen Autoteile. Ja. Wer? So. Nein, den da. Alter, geh weg. Zack. Jetzt kommen sie aus diesem Totenkopf-Teil. Oh mein Gott, es ist... Hey Leute, warte. Ihr seid nicht auf der Suche nach Freunden, ha? Nein. Denk doch gar nicht erst dran. Jetzt geht's da durch. Oh mein Gott, ich glaub's ja nicht. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Nein, sie sind weg. Ach, schade. Autsch. Go, go, go. Wow. Da hab ich gerade noch abgebrochen. Let's go. Mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Aha, die Fehler müssen wir holen. Gegner töten. Denke daran, diese Typen kommen ohne ihre Werkzeuge nicht... Können... Können... Ach, das ist ein Können... Ah, okay. Entschuldigung. Können ohne ihre Werkzeuge nicht arbeiten. Denn du musst 20 Stück davon einsammeln. Warum? Jetzt kommt wieder ein Vetter. Oh mein Gott. Krams. Ich bin gut, ne? Professionell nennt man das. Nicht, nein. Nicht wirklich. Quatsch. Die sind richtig nett. BFF-Sache dazu nur. Komm. Nicht wirklich. Die sind voll schlecht eigentlich, wenn man sich das überlegt. Klatsch. Ja, komm, ich will den Rest Geld einsammeln. Meine Güte. Du wirst einer meiner besten Schüler. Ja, ja, ich... Fick nicht Geld. So, jammer, nisch. Ist das nicht super? So. Ach, guck dich doch. Diese Plattform wird sich nicht bewegen, bis jemand diesen Motorblock verschiebt. Genau. Muss ich denn alles selbst machen? Natürlich. So, und noch ein Ohr. Und was fällt da jetzt rauf? Patrick. Gucken, fällt da was drauf? Ich weiß es gar nicht mehr. Man schreibt nicht mal. So. Das wird jetzt hochgefahren. Traumhaft. Meine Güte. Du wirst einer meiner besten Schüler. Oh Gott. Das ist perfekt. Halt die Fresse. Äh, Entschuldigung. Halten Sie die Fresse. Macht's boing boing. What the hell? Ach, das ist wahrscheinlich unten. Das ist genau, was das Superauto eines Schwamms braucht. Genau. Hm. Boah. Bei jedem kleinen Speicherpunkt einfach direkt speichern. So. Speichern erfolgreich. Unglaublich. Bäm. Go, go, go. Gerade schneller. Plankton ist ein harter Gegner, Dale. Absolut, Rick. Wir sollten das Rennen besser nicht aus den Augen lassen. Ich lasse mich nie ablenken, Dale. Hey, ein Kieselstein. Genau. Realistisch. Das ist mal ein Rad. Hup, hup, ja, ja, halt die Klappe. Genau. Ja. Ich auch nicht. Äh, stehen. Spongebob. Spongebob. Ah ja. Ach ja, ist er kaputt. Richtig. Ich hab noch nie gemerkt, dass durch mein Vorgang ein bisschen. Ja, 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 ja. Ja. Checkpoint. Und einmal. Das sah gerade aus wie Bowser, aber das ist ja... Autsch, Autsch, Autsch. Fahrt in jeder Nieder rein. Ja. Das fällt echt alles auseinander hier gerade. Ja, ich hab wieder einen Punkt, obwohl ich ja... Ja, ich hab die Chance zu beweisen, dass ich der Beste bin. Genau. Ich erinnere mich an Zeiten, wo das alles noch Meeresgrund war. Das ist immer noch Meeresgrund in einer fetten Straße. Das war das hier noch einmal für eine komische... für den Grafik-Bug. Wuiiii. Wuiiii. Äh, ja. Du wiederholst dich aber auch, ne? Abgecheckt! Da, 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 da. So. Weiter geht's. Komm, go. Dann liebe der Raserkönig! Ich hab noch nie bemerkt, dass man vorgab, wenn eine Rennstrecke verläuft. Ja, ich auch nicht. Schön, ne? Ich wiederhole mich auch, weil er sich ihn wiederholt und mir fällt einfach nichts ein dazu. Runde 3. Ich glaub, letzte Runde müsste das sein. Ja, und ich fahr direkt supercool in eine Miene rein. Erzäh! Korrektur. Bums. Und nochmal. Sprünge. Weil du genauso denkst. Ne? Ne, ich wolltest du noch. Au. Naja. Wie gesagt, man muss, glaub ich, einfach nur durchkommen. Ich bin mir nicht sicher, es kann auch sein, dass man wieder auf der letzten, äh, gerade überholen muss, aber... ...nach hier Spongebob oder auch nicht! So, bin ich froh, dich zu sehen! Und wieder irgend so einer, der mich zum Rennen herausfordert und ich weiß natürlich auch schon, wer es ist und man kann's vielleicht auch gesehen haben. Gut. Hat gespeichert, jetzt geht's weiter. Go, 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 go. Let's go. Oh mein Gott. Er scheint Turbos einzusammeln. Könnte knifflig werden. Insbesondere seit der großen Turbodürre von 04, Rick. Das waren Zeiten. Hahaha. Genau, kommt. Ich brauch mehr Boost. Um Gary zu schlagen, musst du deine Maschinen nur mit einigen neuen Teilen aufmotzen. Ich bin sicher, dass es hier noch ein paar Stehen gibt, die du noch nicht erfunden hast. Ja. Sammle die Turbos für das letzte Rennen. Mach ich schon. Stirb! Los, Spongebob! Belieb dich, Spongebob! Wow, ich bin... ...kein Arzt. Fünf Schritte gegangen und schon hab ich irgendwas geschafft. Okay, Spongebob. Ich weiß, ich werde es bereuen, dies zu sagen. Aber du hast noch eine weitere Viellichkeit. Du kannst dich durch die Luft schwingen. Spongebob kann sich an Anker entlang schwingen, wenn er von vor ihnen steht und du Kreis drückst. Du kannst auch Kreis noch einmal mitten in der Luft drücken, damit er den nächsten Anker greift.